Ein US-Gericht hat die Verurteilung des früheren Fernsehstars Bill Cosby wegen sexuellen Missbrauchs aufgehoben. Der oberste Gerichtshof des Bundesstaates Pennsylvania erklärte die Verurteilung des 83-Jährigen für ungültig und ordnete seine Entlassung aus dem Gefängnis an. Der mit der Sitcom Die Bill Cosby Show weltberühmt gewordene Schauspieler war 2018 schuldig gesprochen worden, 14 Jahre zuvor eine Frau sexuell missbraucht zu haben. Der Supreme Court von Pennsylvania hob die Verurteilung nun aber auf. Die Richter schlossen sich unter anderem der Auffassung von Cosbys Anwälten an, dass mehrere Frauen nicht als Belastungszeuginnen hätten zugelassen werden dürfen. Die Richter verwiesen auch darauf, dass Cosby ursprünglich zugesagt wurde, dass kein Strafprozess gegen ihn angestrengt würde, wenn er in einem Zivilprozess um Entschädigung aussagt. Der Nachfolger des zunächst ermittelnden Staatsanwalts leitete später aber ein Strafverfahren ein. Cosby ist von mehr als 60 Frauen des sexuellen Missbrauchs beschuldigt worden. Die Verurteilung des einst zu den beliebtesten Schauspielern des Landes zählenden TV-Stars war der erste Schuldspruch gegen einen Prominenten nach Beginn der MeToo-Bewegung. Die Verurteilung des Zivilges Die Verurteilung des Zivilges